Karl, was sollte das denn? Äh, ich bin mir nicht sicher, was du meinst. Du hast dein ganzes Kreuzfahrtschiff versenkt. Bist du sicher, dass ich das war? Ich meine, ich würde mich an sowas erinnern. Karl, du hast den Kapitän mit der Harpune ins Gesicht geschossen. Das hört sich gefährlich an. Du hast kleine Kinder vom Schiff geworfen. Oh, 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 das muss schrecklich gewesen sein. Und dann hast du es mit den Eiskulpturen getrieben. Gott sei Dank waren die Kinder nicht an Bord, um das zu sehen. Äh, Karl, warum ist das Rettungsboot rot und klebrig? Wow, du hast recht, es ist rot und klebrig. Karl, wo drin stehen wir? Würdest du mir glauben, dass es Erdbeermilchschick ist? Nein, das würde ich nicht glauben. Äh, Tomatensaft. Nein. Rotnektar. Nein. Einige von Gottes Tränen. Sag mir die Wahrheit, Karl. Okay, das alte, nette Ehepaar aus Zimmer 104. Karl! Nun, sie haben die ganzen Würstchen vom Buffet weggegessen. Das glaube ich einfach nicht. Ich entschuldige mich nicht für Kunst. Wo sind die anderen Rettungsboote? Wow, 100 Punkte, das habe ich gar nicht bemerkt. Wo sind die Rettungsboote, Karl? Wenn ich mir die Konstellation von Mond und Sonne anschaue, dann glaube ich, dass sie mit ganz vielen Löchern auf dem Meeresgrund liegen. Karl! Ich habe ein Problem. Ich habe ein ernsthaftes Problem. Du bist so unausstehlich heute. Shh, hörst du das? Das ist der Klang der Vergebung. Das ist der Klang von ertrinkenden Menschen, Karl. So hört sich Vergebung nun mal an. Schreie und dann stille.